Jetzt geht es nur noch darum, dass ich mich würdig verabschiede und dass ein bisschen von mir übrig bleibt durch das, was ich geleistet habe. Und wenn ich dann 2,7 Millionen sehe, dann weiß ich, du hast es alles richtig gemacht. Für viele Menschen bin ich auch ein Vorbild. Dann habe ich zwei Jahre lang Bildkolumnen geschrieben. Das war immer verlässlich. Ich hatte dazwischen eine Krebsoperation, aber es ist niemals eine Folge ausgefallen. Ich wusste schon, dass ich Krebs habe, aber in dieser Abscheuligkeit habe ich es auch nicht erwartet.